die den Zaun Tor und doch so geht so okay das reicht Aber das hier nämlich gleich verbauen. Das erste sollte das reichen. Ich muss wieder Holz suchen. Oh, das wird schön. Ah, Mann. So, so, so. So. Halt, das war falsch. Wie viele Felder sind denn das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn, elf. Okay. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sechs. Ach so, ich habe nichts mehr. Ah, wunderbar. Bädchen. Das Mäulchen. So. Ab ins Bettchen. Gutes Nächten. Wunder. Bärtchen. Bärchen. Was? Na egal. Ach egal jetzt. Benötigen wir hier noch was. An Zaun. Zaun und Co. Wieder 16. Genau identisch wie beim letzten Mal. Noch eins. Oder war das jetzt eins zu viel? Ups. Ich glaube es. Passt. Oder? Ja es passt. Gut. Das hier kommt weg. Weil dort ein Zauntor hinkommt. Hier ist noch nichts fertig. Aber ich benötige wieder Erde. Die Schaufel sagt Ade. Wenn der Steinschaufel geht, das ist auch schon wieder viel schneller. Das ist eigentlich gar kein Unterschied zur Eisenschaufel. Weil das die Eisenschaufel glaube ich eher hält. Falls jetzt jemand Sand benötigt, ich habe genug. So. Wollen wir mal gucken wie viel das hier ist. Fast anderthalb Stecks. So. Die machen jetzt erstmal Seepferdchen. Nein der Eimer nicht. Aber das Sand. So. Dann verballern wir hier dann noch schnell mit den der Erde und müssen uns dann wieder neue besorgen. Was wir hier auch schnell tun können. Das machen wir jetzt einfach mal hier. Das ist ja jetzt Wurst. So. Dann verballern wir hier auch. Das ist ja jetzt vielleicht ein gutesгляд. Das ist ja jetzt ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das benötigen wir nicht mehr und das benötigen wir jetzt später und damit das auch nicht, das auch nicht. Gut, ähm, dann müssen wir uns wieder ein klein wenig um das Holz gehen. Hier unter mir ist irgendwo ein Zombie. Das heißt, ich werde wohl damit rechnen, dass sie in der Nähe aus meiner Höhe ist. Vielleicht werden wir uns im Jahrzehntel auch mal, da kann ich gerade runterbauen. Und dann stürze ich mal auf die Kohle. Die ich mir natürlich hole. Denn es ist ja Kohle. So, ähm, genug gereimt. War ja auch schon so viel. Eine Fackel? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich kann wieder sagen, nein. So, ähm, bisschen schade eigentlich. Die Erde mangelt uns jetzt erstmal gar nicht. Was ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Der Ein Gull. So, ähm, bisschen schade. Und das hier nämlich auch weg. Und das hier nämlich auch weg. Und das hier nämlich auch ab.